Herzlich Willkommen zurück zu diesem neuen Projekt mit dem Wibber, aber der Wibber ist ja nicht alleine. Da haben wir den Davian. Hallo! Und den Kitty. Hallo! Ja, wir versuchen hier erstmal immer noch klar zu kommen, was wir irgendwie nicht schaffen, hoffe ich mal. Aber wir schaffen das irgendwie. Wir haben noch nicht mal Betten. Ich schweige denn irgendwie eine Nahrung. Also sprich, sobald wir sterben, landen wir irgendwo. So. Wieder keine Äpfel, ey. Gummibäum. Was ist das denn? Oh, ein Werwolf. Ich habe einen Werwolf gefunden, der in der Höhle haust. Einen Werwolf, der in der Höhle haust. Also der heißt Werwolf und ist aber gerade ein Mensch, weil es ist ja noch kein Vollmond. Ja, es ist auch noch nicht dunkel. Ja. So, ich habe jetzt mal ganz wenig Kohle und ein bisschen was an Erz, also Eisenerz. Sprich, dann können wir die Schafe mal schoren. Schoren? Oder scheren? Ja. Aber warum wussten wir nicht noch... Äh, ja, okay, dann... Ich versuche mal ein paar... Boah, das dauert aber mit der Holzachs echt, ey. Ja, selbst mit der Steinachs. Erst mit der Eisenachs wird es nachher erträglich. Äh. Ah, Zombie. Gehe hier doch lieber raus wieder. Nicht zu viel versuchen. Und immer noch kein... Weiß jetzt leider auch nicht, ob die Leute auf YouTube hier viel gesehen haben, weil das könnte sein, dass es sehr sehr dunkel war. Selbst bei mir war es sehr sehr dunkel. Oh, dann könnte ich mal kurz gucken. Option, äh, Grafikeinstellung... Äh... Option, Grafikeinstellung hell. Und natürlich schön. Für meine YouTuber gibt es nur schön. Bei mir auch. So, ich hoffe mal das nächste Mal wird es besser, liebe Community, weil jetzt habe ich ganz hell gemacht. Okay. Äh... Link zu seinem Kanal findet ihr natürlich wie immer in meiner Beschreibung. Genauso wie es umgekehrt passiert. Mhm. Soll ja so sein, ey. Genau. Komm schon. So. Ähm... Liebe Kitty, wo willst du das Haus eigentlich hinstellen? Sucht euch was aus, mir ist das egal. Also... Ja, hier wäre gut, weil hier haben wir Schafe, hier haben wir Gummibäume. Dann setze ich die, äh, Werkbank hier bei diesen Gummibäumen da in der Nähe hin. Bei den Schafen. Ja, genau. Weil dann baue ich da nämlich auch gleich einen Ofen, stell den daneben, dann kann ich nämlich schon mal ein bisschen Eisen machen, damit wir wenigstens Betten zusammen kriegen. Ja, genau. Da soll dann das Haus irgendwo hin. Ja. Genau. Dann erzählt mir doch mal, wo seid ihr überhaupt? Ja, so... Na hier. Äh... So... Na hier. Da. Ne, weißt du... Äh... Süd... West-Ecke des Dorfes. Süd... West-Ecke des Dorfes. West-Ecke des Dorfes. Warte, ich mach mal einen kleinen Turm, vielleicht ziehst du mich dann besser? Genau, er baut mir doch wieder so einen Suicide-Turm. Da hinten bist du, ich seh dich. Ich hab einen Hasen auf dem Kopf. Ach da! Ja. Sehr... Sehr skiddy, aber... Oh Gott, das dauert ja echt lange, ey. Wenn du einmal da weggehst, dann... Naja. Aber dafür fallen die Bäume halt auch um. Ja, okay. Ich kenn auch einen anderen Mod, da ist das nicht so. Da fällst du einen Baum... Also einen Block genauso wie früher auch. Und dann fällt auch der ganze Baum weg. Das fand ich aber unrealistisch, weil... Versuch mal einen echten Baum abzuhacken. Brauchst du tatsächlich schon ein bisschen länger. Ja. Von daher finde ich den Mod eigentlich besser als alle anderen. Das wäre schon mal ein bisschen Wolle. Mhm. Und das wollte ich halt mal so anmerken. Gut. Naja, also was wir hier alles benutzen, das findet ihr ja natürlich auch in der Beschreibung. Ja, genau. Ich hoffe, ihr kriegt das besser hin als ich. Um die ganzen Mods zu installieren. Ja, also wir verwenden hier nebenbei auch kein Modpack, sondern das ist alles per Hand mit Blutschweiß und so erarbeitet. Alles manuell. E-manuell? Ja, genau. Die Tür schließt manuell. Danke, Manuel. So, ich hab genug Wolle für drei Betten. Sehr schön. So, dann brauchen wir ein Haus. Wie wollen wir das Haus bauen? Achso. Kitty? Ist an Arbeit. Achso. Bin grad noch am Holz haken, weil ich irgendwie ne Grundlage hab. Ich hab sonst noch ein bisschen Holz. Ich hab auch noch ein bisschen Holz. Aber Steine wären auch nicht verkehrt. Ich hab sieben. Das ist zu wenig. Ich hab... Stell jetzt mal unsere Betten hier einfach so hin. Obwohl, ne, die muss ja jeder selber hinstellen, damit der Spawn sich registriert, ne? Ne, wir müssen uns hinlegen. So, gut. Und du siehst ja auch ganz schön schlecht aus mit deinem Leben, wa? Ja. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ich hab kurz überlegt, ob ich den Bären angreife, damit ich was rauskrieg. Aber... Ne. Wenn er sich wehrt, bist du tot. Ja, genau. Na gut, dann werd ich mich mal um ein Feld kümmern. Damit wir wenigstens Brot haben. Ja. Ja. Ist mal ein bisschen schade, dafür das Eisen draufgehen zu lassen. Ja, aber... Muss ja, ne? Haben oder Haben. Bahamas wieder. Achso... Da kann ich gleich mal gucken, was das Braune da oben ist. Ob das wirklich Fäkalien sind, oder ob das noch irgendwas anderes ist, was ich noch nicht kenne. Ich hab keine Ahnung. Na, ich weiß, dass es Fäkalien gibt. Da kannst du dann so eine Art Dünger draus machen. Und es ist tatsächlich Gülle. Ne. Hast du jetzt einen Eimer dafür extra geopfert? Ja, der ist ja nicht verloren. Ich kipp's dann einfach wieder rein. Das ist wie beim Wasser auch. Achso. Aber jetzt nicht ins Wasser kippen, ne? Ne, ne. Wo wollen wir noch was trinken? Wie eklig. Oh, hier ist ein Loch. Blub, 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 blub. Bin ich immer ganz lieblich, wenn dann die Welt so generiert und dann so Kies oder Sand in der Luft hängt. Und du dann einen wegnimmst und das ganze Ding nennst. Ja, genau. Ähm... Wie viel... Ich hab jetzt genug Weizen auf jeden Fall. Hast du Wasser mitgenommen? Ja, sehr schön. Ja, natürlich. Deswegen bin ich losgegangen. Und deswegen lauf ich auch langsam hinterher. Da... Ich hab mich schon gefragt, was mir da hinterher läuft. Mit so'n Zombie-Kopf. Ach, hab ich immer noch den drauf? Ja, klar. Tadaa. Ich hab gelesen, der soll übrigens ein bisschen Rüstung wegnehmen, aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn man noch gar keine hat. Ja, deswegen. Ich stehe jetzt in der Nähe. Also... Warte kurz, ähm... Damit man hier auch ein bisschen so machen kann. So. Und die Sonne ist schon wieder am untergehen. Ja, wir brauchen ein Haus. Ja, gut. Ist in Arbeit. Es ist dunkel. Machen Sie mal bitte schneller, junge Frau. Ja, dann gibt's mir Holz und Steine und so. Ihr liegt alles hier. Warte kurz, ich mache gerade eine Doppelkiste. Okay. So. Habe ich erstmal ein paar Samen, das reicht dann hoffentlich. Ja, du kannst von mir auch gleich ein paar Samen bekommen. Dann besame mich bitte. Ja, warte kurz. Sie liegt alles in meiner Kiste. Nein, liebe Zuschauer, nicht das, was ihr denkt. Es ist noch viel schlimmer. Genau. So. Alles in der Kiste. Was hast du denn gerade gemacht? Ein bisschen Wasser, damit kannst du den Rasen relativ schnell abbauen. Ach. Habt ihr auch mal wieder was gesehen? Wie, was gesehen? So. Ich leg mich mal eben hin. Ja. Okay. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Meinst du, wir überleben das? Ja, ich denke schon. Noch ist ja Dämmerung. Und wenn nicht, dann... Ich drehe mich nach rechts um, ne? Damit ihr machen könnt, was ihr wollt. Okay. Das ist dann jetzt wahrscheinlich auch der Zeitpunkt zu sagen, dass Kitty und ich ein Pärchen sind. Ja, so ein Zufall aber auch. Ein Pärchen. Geilts als Süßes. Wieso hab ich jetzt die Erde? Hier, nimm die Erde selbst. Oh. Wer wurde gehauen? Ich hab Hunger. Ach so. Ach so. Ach so, da sollte alles drin sein. Habe ich jetzt meine Axt reingeschmissen? Oh, ich kleppere das Bärchen. Ach so, ja. Ich wollte ja noch Holz hinstellen, Schatz. Hm. Warte kurz. Ich baue dann mal so ein, ähm... Warum hast du dir die Schuhe nicht angezogen? Nö, wusste ja nicht, bevor da irgendwie ein schlimmer Effekt ist. Nö, da ist kein Effekt. Den kannst du einfach anziehen. Gut. Ich hab angefangen zu ackern. Hallo. Ein Bär. Was meinst du mit zu ackern? Ja, äh... Du hast noch hier Samen irgendwo, ne? Wo hast du das Feldchen getan? Äh... Noch gar nicht. Dahinten ist aber schon mal ein Wasserloch. Das Feld musste ich jetzt gerade erstmal den Ackergaul machen. Den hab ich jetzt aber. 4, ne? 3 oder 4, ja. 4. 1 zu viel. Ne. Welcher wird schon wieder weggenommen? So, du hast die Samen hin. Hab ich gedacht, ja. Da. Ja. Ich möcht' mich irgendwann von Gas ernähren. Ja, davon gibt's tatsächlich weitaus genug. Hm. Achso, du holst Erde. Hiii, wir haben einen Ratten. Hä? Ich will die Ratten, ich will die Ratte. Wo ist die Ratte, wo ist die Ratte? Wo ist die Ratte? Wo ist sie? Kann man nicht. Hier bei unserer Weltbank. Vielleicht kann man die ja sogar ziehen. Ne, aber man kann sie essen. Achso. Ja, hab ich auch schon. Kann sie essen? Ach verdammt. Ja, man kann sie essen. Sehr eklig. Aber ich hab drei Samen rausbekommen. Aus der Ratte. Aus der Ratte. Liebste Kitty, ich möchte dir eine Margarita übergeben. Oh, das ist schön. Zusammen mit sieben Mohnblumen. Oh. Mit dem Befehl sie anzupflanzen. Ja, ja. Hier, und hier ist der Grundstein. Die Garten kommt auch noch. Ganz gut. Hier, das ist ein Garten. Wieso will er jetzt nicht? Das ist ein Pilz. Der kannst du nur im Dunkeln. So, liebe Leute. Damit hätten wir auch schon wieder die nächste Folge rum. Gut. Dann. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Ciao. Üzü. 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 Untertitelung des ZDF, 2020